Ja, meine lieben Bienenfreunde, jetzt geht hier die Post ab. Bei schönstem Regen, ganz einfach, warum? Ich habe hier jeweils die oberste Zarge aufgesetzt, da sind voller Honigwarmen drin, alles voll. Ja, hier geht jetzt die Post ab. Darum solche Arbeiten nur spätabends vornehmen hier. Und die Spürbienen, die stürzen zum Flugloch hinaus und suchen jetzt eine Umgebung von 100 Metern ab, wo es noch überall Futter gibt. Und zwar nur deshalb, weil hier eine weitere Zarge dazu gekommen ist. So, und bei den anderen sieht es genauso aus. Tohuwabohu am Bienenstand. Ja, und es regnet so schön und die Gänse fliegen. So, meine lieben Bienenfreunde, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!